Ja, endlich sind wir mal wieder fertig mit unserer Arbeit. Jetzt genießen wir wieder mal ein bisschen die ungarische Natur. Ja, hier unsere neuen Steine. Ganz toll. Haben wir hier in einem Basaltwerk gefunden. Der Grill läuft auch schon. Gleich macht man natürlich wieder ein bisschen Party hier am Berg. Heute bei uns. Ja, ganz schön. Bier ist auch schon angetapft. Unsere liebe Pelletheizung läuft auch mal wieder. Versorgt das ganze Haus mit Luftrohre. Funktioniert eigentlich ganz gut. Das ganze Haus mit Luftrohre. Ja, die ersten Grashalme kommen auch schon. Sehe ich gerade. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.